Europa und der BDKJ Die Geschichte des BDKJ und der Europäischen Union ist zu umfangreich, um Platz in einem Videoclip zu haben. Deshalb hier nur die Europaerklärung des BDKJ zur ersten Wahl des Europaparlaments am 10. Juni 1979. In der vier Seiten umfassenden Erklärung klagte er für die Jugend vor allem das Recht auf Arbeit, Bildung und Freizügigkeit ein und sprach sich für soziale Gerechtigkeit in Europa und der Welt aus. Zudem kritisierte er, dass das neue Parlament keine verfassungsgebende Versammlung war. Viele Politikerinnen, aber auch Gewerkschaften und Medien reagierten auf die Erklärung. Zwar gab es auch Kritik an einzelnen Punkten, aber die Mehrheit teilte die Meinung des CSU-Politikers Otto von Habsburg, der die so grundsätzliche und verantwortliche Europaerklärung begrüßte. Und die SPD-Politikerin Katharina Focke war bereit, die Analyse, die Gedanken und die Forderungen der Europaerklärung des BDKJ fast vollständig mit zu unterschreiben.